In Deutschland gibt es am Silvesterabend seit Jahrhunderten eine beliebte Tradition. Bleigießen. Man deutet die Form des erkalteten Bleis, die als Vorhersage für das kommende Jahr gilt und vor allem eins bringen soll. Glück. Doch wie können wir mit dieser harmlosen Tradition auf all diejenigen aufmerksam machen, deren Glück akut bedroht ist? Ganz einfach. Statt der üblichen Glückssymbole konnte man dieses Jahr Dinge einschmelzen, die auf der ganzen Welt Unglück bringen. Das Set haben wir an Entscheider aus Politik und Medien geschickt und sie aufgefordert, ihre Ergebnisse auf Facebook zu posten, um sie von der Community deuten zu lassen. So bringt das Amnesty International Bleigies Set im neuen Jahr vielleicht auch Menschen in Krisengebieten das, was sie am meisten benötigen. Glück. Untertitelung des ZDF, 2020